Heute, am 4. Dezember, verlassen wir 2x2 Tickets für ein Spiel der ZSC Lions. Und was ganz speziell ist, wir treffen uns kurz vor einem Spiel und du darfst mal hinter die Kulissen schauen, wo wir eigentlich arbeiten. Wir sind ja der Produzent vom ZSC Lions TV und mal ein bisschen Backstage reinschauen, das kannst du heute im Kalender gewinnen. Einfach kommentieren, mit wem du das Spiel gerne schauen würdest. Markiere deinen Kollegen und kommentiere das einfach bei uns im Kommentarfeld. Und wenn du kein Instagram oder Facebook hast, gilt wie immer, schick uns ein E-Mail an xms.ca-media.ch